Ein Sprichwort sagt ja, wenn einer eine Reise tut, dann hat er was zu erzählen. Aber wenn Politiker aufreisen werden, dann wird es auch schlichtweg interessant. Zu erzählen werden wir zu einem Episum der Löcherfranz besagen. Und die Bacher Paula aus Pricks und zwei von ihren letzten gemeinsamen Reisen. Ja, sie waren nämlich mit der vierten Gesetzgebungskommission auf Studienreise in Wien. Und weil ich das gehört habe, dann habe ich mir gedacht, ja wir studieren, der Macher Franz noch. In einem Mann, so man beim Franz, was das Lernen betrifft, ist er eher beratungsresistent. Ja, aber was, du musst dir das noch so vorstellen, nachher an so einem ganztägigen, stressigsten Studietag in Wien. Und das ist wohl gleich mal gerecht, total. Um sich der Franz und die Paula gedenken, so quasi als Entspannung, machen sie eine Stadtrundfahrt in Wien mit einem Doppeldeckerbus. Wir sind halt Touristen, also da, da haben sie sich wie in einem Doppeldeckerbus, da haben sie sich oben am offenen Deck guckt und sich die ganzen sehensweilen Würdigkeiten angeschaut. Ja, bis auf einmal plötzlich du sterben bleibst und die Stimme weiterkommt. Ja, der Franz und die Paula haben mich am Anfang das gar nicht gemerkt, ne? Ja, weil sie sind am offenen Deck gesessen und da gestaunt, was sie da in Wien alles gesehen haben. Und der Vornmal ist auch bei ihm eine, am anderen Mensch auch getaucht und ist auch immer leise rumgeguckt wie ein Hampelmann und hat sich bedrohlich, währendlich auch Franz aufgebaut. Ja, aber der Lacher Franz hat reagiert wie ein ordentlicher Sahner, er hat sich nicht aus der Ruhe bringen gelassen, hat einmal gleich sein Handy ausgenommen und hat einmal sein Hummer gedruckt und geschaut, wie er und die Paula jetzt am schnellsten wieder ins Hotel zu kommen, weil der Bus isch ja nimmer gefahren. Ja, weil sie ob ernsthaft in Gefahr seien sie gewesen, dass sie das gemeinsame Obendessen verpassen. Ja, das war schon schade gewesen. Und damit war es gratis auch noch gewesen. Ja, sehen wir ja aus, jetzt wären sie doch nicht bei den Freunden im Heimatland draußen, was oben festgezahlen müssen. Das ist ein Politiker nicht gewesen. Was ist das gewesen? Ja, zu zahlen. Ja, ja, ja. Ja, na gut, jetzt aber der Eindringlinge, der umrumpfende Ding hat sich von Franz irgendwie provozieren gelassen, weil er auf sein Handy einmal rumgedruckt hat. Ja, da ist er zu ihm zu ihm. Und dann hat er den Franz einen geschmiert, aber einen geschmiert, der er gesessen. Ja, und dann wird der Franz noch gesagt, um Helbert zu sein. Und dann hat er den Knabe mit einem Krawattel gewuschen und er hat ihn so lange gehebt, bis die Polizei gekommen ist. Und dann wird er gesagt, um der Franz, jetzt werde ich dir einmal sagen, wo der Bartli möchte. Und dann ist die Polizei gekommen, dann hat er sich einmal in den Franz gefragt, ob er jetzt anzeigen. Verstanden? Weil wegen Körperverbreitung der Franz sagt, dassel. So lasst er halt, tut er nicht. Ja. Und dann hat der Polizistin gesagt, nein, nein, kann er gut verstehen, weil in eigenen Sohn anzeigen soll, tut man auch nicht. Jetzt ist der Lacher in dem ersten Moment schon wie gebaft gewesen. Wer hat das nicht verstanden, hat er nochmal nachgefragt, wie in eigenen Sohn anzeigen. Jetzt hat der Umruf von der Hempelmann beim ersten Verhör zu den Polizisten gesagt, dass der Lacher Franz sein Vater ist. Dann sei es wieder einmal fast drei Tage Studienreise nach mir und schon noch so ein Sommer. Ich habe da letztes Jahr gesagt, ob ich jetzt das noch kann. Oder haben wir die Bauläder gewuschen und die ist am schnellsten bei einem Hotel zurückgefahren. Aber ich sage, schau, drei Tage Studienreise mit einem Sohn mehr. So schnell ist einer nicht einmal die Sachen. Obwohl, die italienische Regierung hätte nichts dagegen gehabt wahrscheinlich mit einem Sohn mehr. Weil, jetzt hat erst kürzlich einmal der Präsident von Istad, vom Nationalen Institut für Statistik, Alarm geschlagen. Er hat gesagt, er macht sich ernsthafte Sorgen über die italienische Geburtenrat. Und die italienische Regierung hat noch gesagt, schau, da ist jetzt wirklich etwas zu tun. Da müssen sie jetzt etwas unternehmen, weil es einsteht. Das ist ein Wahnsinn, der Häftsschwung war zu trainieren. Aber heute muss ich bei dir nicht sein. Auf jeden Fall. Ich muss es auch nicht trainieren. Also, das ist dann von 2021 eine Geburtenzahl von 399.000 Mellet und dann hat sie gesagt, wenn das so weitergeht, nach Regimejahre 2050, kleiner eine Geburtenzahl von 299.000 Mellet. So, das ist dann ein Rechner, jetzt müssen sie das tun. Wenn sie wählen, dann feststellen, ob und Bier und so. Gut, lassen wir das. In dem Fall, die italienische Regierung hat gesagt, jetzt ist etwas zu tun. Und sie haben sich zum Ziel gesetzt, in 10 Jahren, haben sie gesagt, wenn sie wieder auf eine Geburtenzahl von 500.000 Mellet. Boah, du, aber jetzt haben sie sich ein heißes Ziel gesetzt. Jetzt, wie sie das dann wählen, weiß ich nicht. Vielleicht will uns die Regierung auch praktische Anleitungen und Tipps geben. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, kann man nicht glauben, dass der Draghi in der Hinsicht noch wertvolle Tipps geben kann. Und dann wären sie schon nochmal wie als die Berlusconi froh. Aber das ist dann da die Ziele, die italienische Regierung hat die Ziele und Pläne, nicht? Und die Ziele und Pläne. Und die Ziele und Pläne haben sie gesagt, sie wählen in die Serie mehr. Und jetzt ist sie ruhig aufgestiegen in die Serie B. Und die Serie B freit sich schon auf die Mannschaft aus Südtirol. Wo zwar Südtirol auf den Verpackung drauf steht, aber ganz wenig Südtirol rein ist. Außer heute das Geld. Das Geld schon. Aber noch haben sie gefeiert, können sie aufsteigen sein. Und zwar nicht in die Kabinen von Klausner Duschkabinenkönig, sondern auf dem Feld mit Champagner und Bier haben sie gefeiert. Aber feiern sind sie fast schon Serie A gewesen. Und dann, wenn wir gleich schauen, der Aufstieg in die Serie B ist ja immer ein Ziel gewesen von ehemaligem Präsidenten Walter Baumgartner. Ich habe gesagt, genau ein paar Monate nachdem der Baumgartner als Präsident zurückgetreten worden ist, da sind sie aufgestiegen. Das ist die Ironie des Schicksals. Ich habe mir erschrocken, wenn ich nach dem nächsten Tag in der Zeitung gestanden ist, wir sind Serie B. Ich habe gesagt, wer, wir? Gott Südtirol. Der Spinza ist auch nicht so. Gott Südtirol. Wir sind Serie B. Südtirol hat Serie B in seiner DNA nicht drinnen. Wir sind halt die Besten, die Schönen, die Grästen, die Herrschen und überhaupt die Serie B. Und ich glaube auch, dass der Kompatscher, der Landeshauptmann, schon in den Duschkabinen-Königangriff hat und gesagt hat, du, das neue Ziel von FC Südtirol muss sein, Serie A. Dann bauen wir ein Stadion aus. Überneißer komme ich. Das hunderttausend treiben bleibt so. Und ich habe gesagt, wenn der Schüller nichts dagegen macht. Aber der Schüller ist heute schon seit Anfang vom Jahr alleweil unterwegs gewesen mit seinem LTEK. Landes-Tourismus-Entwicklungskonzept. Oder kurz und bindig gesagt, der Betenstau. Und dann ist der Schüller im ganzen Land unterwegs gewesen, von Knärschendorf bis Ibrall, ist er hingefahren, um seinen großen Wurf anzupreißen. Und dann ist der Schüller bei mir gekommen wie ein Fischer, der zur falschen Uhrzeit mit dem falschen Kerl fischen geht. Weil die Zähne beißt kein Fisch an. Und so ist es in der Schulragel. Kann man da ein bisschen. Und alle haben sich, wir wissen nicht. Oh, mein Strasch. Und der Schüller ist halt da. Sie haben gesagt, das hat er sich nicht erwartet. Das kann ich auch nicht verstehen. Dann haben sie gesagt, Schüller, wir würden gerne ein bisschen Konkretes machen. Was ist denn da noch drin? Bei dem Betenstau. Und dann hat er gesagt, nein, erst die Durchführungsverordnungen kommen später. Dann haben sie gesagt, nein, so war ich das Erste. Dann hat er gesagt, nein, das Ziel war gewesen, erst allein mal ein Gesetz zu nehmen. Und dann hat er nach und nach mit Durchführungsverordnungen von der Landesregierung mit Leben gefühlt. Und zu spätestens dann sind dann die Bürgermeister, Touristiker und alle, die mit dem zu denen sind ziemlich nervös geworden. Weil ihm erst ein neues Gesetz für Raum und Landschaft eingefallen ist. Jetzt haben wir uns sie genau gleich getan. Und das Ergebnis ist, dass sich heute mit diesem Gesetz keine Sau mehr rauskommt. Und im ganzen Land Ratlosigkeit herrscht. Wenn man heute bauen möchte, geht's an einen Geometern und erklärst ihm, was er tun möchte. Dann geht's an einen anderen Tag, keine Minute. Und so schaut's aus. Und da haben sie alle hin und her und da läufst auch Franzis auch wieder. Und da hat Dieter Gehling, der Aachen, mir gesagt, wenn sich einer oder einer erdreistet. Wenn eine Abstimmung gegen dieses Gesetz zu sein, dann dürft ihr das nächste Jahr bei den Landtagswahlen nicht mehr kandidiert. Brrrrm. Und dann haben sie gesagt, boah, du jetzt. Jetzt wären wir wahrscheinlich müssen das Kreuz anbiegen und das Handlaue. Niemand kann ich mir nicht ablehnen. Was, wenn du mal das Fleischlein gewöhnt bist. Dann haben sie im Parteiausschuss, haben sie nach einer Ratten gesagt, Schulröste, Durchführungsverordnung. Und dann da. Und dann hat er gesagt, nein, sie vergessen. Dann haben sie gesagt, wo unten was soll man sagen? Ja, stimmt's, heute mal der Vier. Und dann haben wir schon schauen. Dann haben sie vier gestimmt. Ohne Durchführungsverordnung. Und acht Tage danach haben sie noch in Landtag diskutiert. Da haben sie gesagt, Schulröste, was schaut denn aus mit den Durchführungsverordnungen? Ja, die Experten arbeiten noch dran. Ja, und jetzt wer ist denn der Führer? Alle lauter Lachen, Franz. Und jetzt haben sie wieder genau das. Jetzt haben sie wieder die leare Schachtel beschlossen und wissen nicht, wie es weitergeht. Weil LTEK heißt ja Landestourismusentwicklungskonzept. Und so heißt ja, dass du müsse eigentlich ein Konzept haben, das du präsentieren kannst. Aber ich glaube, alles, was zur Schule gekommen ist, ist viel gewesen, allein kein Konzept. Deswegen für mich heißt das nicht LTEK, sondern LTEC. Landestourismusentwicklungskhaos. Ich habe ja das einzige Konkrete, was ich gesagt habe, ist in Zukunft neue Ferienwohnungen und Urlaub auf den Bauernhof dürfen pro Wohnung bleiben drei Betten. Ich habe gesagt, ich stelle mir das genial vor. So, was ich meine, einer anruft und sagt, Guten Tag! Ich hätte gerne eine Ferienwohnung für mich, meine Frau und drei Kinder. Dann muss die Vermieterin sagen, ja, wir hätten schon frei, aber zwei Kinder müssten uns halt reinlassen. Wir haben gleich drei Beten und sonst müssen wir halt ja noch auf der Hängemasse rausgehen. Das ist die Sache. Aber was in Schulern gelungen ist, ist mit den LTEK, die bereits vorher innige Freundschaften zwischen Bauernbund und HGV noch einmal zu vertiefen. Manchmal ist sich die jetzt, die verstehen sich jetzt noch viel besser. Jetzt haben wir schon so einen Hutabschulern. Das hast du gut gemacht. Nein, ich bin ja überzeugt, ich bin ja überzeugt, dass jetzt schon findige Touristiker an Konzepten arbeiten, wie man künftige Urlaubspakete anbieten kann, wo man kein Bett braucht. Weißt du, Wellnessurlaub mit Überlebenstraining. Schlafen im Schlafsack im Wald auf Du und Du mit Wolf und Pär. Oder für Touristen, die gern um Viertel nach sieben schon einhören, das Auto auf der Liga einlegen. Weißt du, in die Send bieten sie in Zukunft eine Sonnenliege XXL Deluxe mit Pops-Springmatratzen, dass ich keine die Nacht da unten liegt. Ich bin nur noch brauche ich kein Bett. Zuerst bin NDK. Da kriegt man noch pärige, pärige marketingmäßige Aktionen und da freie mich jetzt schon drauf. Ich habe dir noch eigentlich die Bettchen der SVP hervorschlagen, was wir jetzt noch den ganzen Stress, dass ich kapot, dass die Mandatare und Württenträger, um das ganze LTK da zu verdauen, einfach im Sommer einmal einen gemeinsamen Ausflug machen, um die Freundschaften zu vertiefen. Da ist die Vertiefung der Freundschaft. Und dann kann ich es ja machen, einen gemeinsamen Ausflug. Und ich verschläge mir, eine Fahrt mit der Salpone von *** auf der Frauenrollen. Ja, weil sie ist die einzige und erste Cabriotone in Italien, das hat sie gesagt. Und dann war sie interessant gewesen, sie können schon bei einer Form ihre gestressten Hirnzellen in der frischen Luft ausziehen und mit Sauerstoff anreichern. Wie bei der Titanic-Ballon gestanden ist. Das war ja ein Bild für die Götter gewesen, aber geht nicht. Die Götter, die bauen Fahrt nimmer. Die Bieter haben sie sich raus einweicht und da schon im Meer zuhine und sie gesagt, halt, jetzt darf sie nimmer fahren. Ja, ich habe gesagt, ja, sie darf nimmer fahren. Was ist denn los? Hat sie gesagt, ja, sie sind zufällig draufgekommen, dass die Toll- und Bergstation ein kleines Wieselzergras gebaut wurde. Ja. 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 Wissen Sie nicht, Sie wissen nicht, wer denn. Drehen bei der Hochgrube-Kurzner im Büro buchen jetzt aber 10 Stück um den Tisch rum, alles gescheite. Und kaufen wir Sie jetzt bei der Sackgasse mit dem Sattelschlepper hinter sich wieder rauskriegen. Ohne anzustoßen. Aber dann ist auch der Bürgermeister, der Tiersch, ist auch ein interessanter Kursgräßberg-Polner, die Bauern eingestellt worden ist. Da hat er sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, er hat festgestellt, dass für die Tagstation keine Bezugsfertigkeit bestellt wird, dass keine Betriebsbewilligung für den Bauern bestanden hat und das Verbauende gemeldet worden ist. Dann hab ich gesagt, Bürgermeister, hätte man das nicht schon gekennzeichnet, wo die Pumpe fahren müssen. Und nicht erst noch einer halb wohnen. Weil ich glaub nicht, dass dir schon so groß ist, dass der Bürgermeister jetzt nicht weiß, wo sein Restprojekt in der Gemeinde, dass sie noch drei Zeitel fallen. Aber wahrscheinlich kann der, der Beschreibstisch einfach viel rumliegen. Acht, Naja, und Zähnzel, und wo. Von daher sein genau die drei Zeitel. Und da geht's da runter rein, ich rutsche. Und da ist wenn's sagen, die halt. Besser, wer auf dir mal ein bisschen aufrauben. Ja, auch Frauen ist wirklich wichtig, gell, also, ich muss sagen, ich bin ja auch ein... Ja, ich muss schon sagen, ich bin ja ein ordnungsliebender Mensch, wir gehen linksleinen, da immer so. Ja, aber jetzt vor eine Weilele haben mich eben ein paar Freunden gefragt, ob ich mit ihm nicht so einen Vortrag gehandelt habe, sie wissen, was los ist bei mir und dass ich den vielleicht gut gebrauchen kann, weil der Vortrag hat ein Aufräumcoach gehalten. Und wenn ich in diesem Ort nichts Besseres machen kann, dann bin ich mitgegangen, weil, ich muss sagen, also die Frau hat das wirklich super gemacht, die hat toll geredet, die hat das perfekt erklärt und die hat mich so motiviert, dass ich am liebsten, sagen wir, in diesem Ort noch heimbauche und mit Aufräumen anzufangen, weil, sagen wir, ich habe halt ein paar Baustände gehört, ne, zum Beispiel habe ich ein Spooftakel in der Kuchel, da habe ich den Stuhl im Zimmer, den Stuhl sieht man nicht mehr, weil er als Bandtreiber liegt, und da habe ich noch den Raum des Schreckens, eigentlich ist es unser Büro, die Tiere stehen allem zu, und allen wenn es sich Überraschungsbesuch ankündigt, dann renne ich wie ein Verruchter durch die Wohnung, und ich glaube, innerhalb von drei Minuten alles zusammen, was Sommer liegt, rein in dem Büro, turntet ihr zu einem Taufencampus, ne? Und dann bin ich da mit bei dem Vortrag, und der Aufräumcoach arbeitet nach dem Prinzip von der Marie Kondo. Das Prinzip habe ich für mich jetzt ein bisschen innerlich, weil ich mir jetzt wirklich alle Tage so, ich komme da heute aufräumen, oder ich komme da heute nicht aufräumen. Jetzt die Frau Kondo, gell, das ist ja eine ganz aninteressante, das ist eine Japanerin, die ist praktisch Aufräumexpertin, die ist Besselerautorin, die hat sieben Millionen Bier, und der hat ja ein paar Sachen wirklich so revolutioniert, weil der sagt zum Beispiel, einmal im Leben soll jeder von uns ein Aufräumfest feiern, und das Aufräumfest, sagt sie, kann bis zu einem halben Jahr dauern. Also ein halbes Jahr ein Fest, nicht nur so ein Wochenende, gell, also ein halbes, und wenn man dann aufräumfest ist, sollst du dann alles, was daheim, umberliegt, umberstärkt, wand, Bier, Zett, alles, einmal in die Hand nehmen, sollst du es anschauen, auf du und du, und dann sollst du es fragen, brauche ich dich, und dann brauche ich dich nicht. Und wenn du es nicht brauchst, dann musst du es wegschmeißen oder verschenken, du entdrückst. Und dann hat sie noch die Ordnung im Kleiderschrank, auch noch revolutioniert, weil sie sagt, die kann doch, also, heit tut man nicht mehr als Schämpägel, und die Vreinanderstaten, und die Kasten, die die Daten reinlegen, naja, heit butzelt mein Eislein mal so zusammen, nicht, also man folgt so klein, und na stellt mein Eislein mal in die Kasten und die Daten rein, weil ich alles so einstellen, dass du das Leime auch so ausziehen kannst, nicht, also, das müssen wir uns jetzt ein bisschen gewähnen, das ist jetzt der neuesten Schrei, und bin ich nächsten Tag, bin ich noch gestartet, voll motiviert, bin ich daheim, jetzt, fange ich mit dem Band an, und da habe ich alles in die Kasten rausgeschmissen, Jacken und Schuhe, alles was mich gewann zu tun hat, und da habe ich gesagt, leih, wir sollten die Ferse, ich gehe daheim rumgelegen, nochmal, jetzt, jetzt ziehe ich mal die größten Sachen aus, ob was wir nicht mehr brauchen, so ein Tübeck, aber, da war so viel Zeug, in Geuling bin ich stuf geworden, das habe ich mir alles ganz anders vorgestellt, nochmal, jetzt mache ich mal die kleinen Sachen weiter, rame ich seltenwein in den Kasten wieder rein, Oh, ich habe gesessen noch, wie lange ich bei einem Strinktank rumgemerkt habe, dass er mal in den Kasten drin gestanden ist, wenn er auch schon einmal runterkommt, dann glaube ich schon, dass er so fest ein halbes Jahr dauert. Egal, ich habe alle die Nerven verloren mit den Scheiss unter Hosen, wie gesagt, schau, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, na, 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 dann habe ich mal gemüsst ein paar Säge trinken, dann habe ich gemüsst, die mir nachwerden rufen, um ein bissel Ort zu kommen, auf Nacht ist noch mein Mann bei der Tiereier, sag mal, ich meine, das trifft mir der Schlag, herr, ich scheine, und er hat gesagt, hier spielts jetzt komplett, wir schau's da aus, da habe ich gesagt, Mausi, Brausi, wir feiern alle, weil ein Fest, du weißt, es leid noch nicht. Da habe ich alles genommen, dann bin ich auch stufgeworden, alles genommen, ich bin reinig schon, da habe ich gesagt, wisst's was, ich sagte zu den Kindern, so man, sucht euch ausser, was es braucht, und den Rest schmeiss in einem halben Jahr alles weg, da habe ich auch ausgeteilt, ausser heute ein Werkzeug, wo ich gesagt habe, nicht, dass sie noch auf die Idee kommen, aber ich werde mit eigenem Wandern und gehe gerne in den Wald, und weil jetzt auch mit den Zecken hier bei uns ein bisschen schwierig ist, habe ich mir gedacht, woher, ich lasse mir die Zecken rufen machen, und sehen wir, wie wirklich ein ganz interessantes Erlebnis kam, und ich bin da hin, da sah ich noch so ein Kästchen gewesen, da hat mich so eine nette, eine junge Krankenschwester empfangen, da hat mich da rein, ich begleite, und lass uns da, da hat sie da eine Spitz angesetzt, und da hat sie eine gedrückt, und in diesem Moment kippt er so ein älterer Drachen ein, und sagt zu der Jungen, sie ist ja eine Studentin, gell, und dann sagt sie, und dann sage ich, ich kriege alte Lehrmädeln, wieso bringe ich alle Lehrmädeln, und dann sagt sie, die Alten, zu der Jungen, sie haben schon, bevor sie das mittel rein gedrückt haben, kurz zurückgezogen, schauen, ob Blutkimm, dass sie auch nicht die Wehne drauf machen, und dann sagt die Jungen, nein, und ich denke, und ich lege mir gerade, jetzt hat mein letztes Tydring schon, ich lege mir unter Schneepackung, ich lege mir ein Glitbein, weil in diesem Moment ist mir einfach meine Viechdoktrin eingefallen, nicht meine, sondern einfach meine Viechdoktrin eingefallen, nicht meine, sondern einfach meine Viechdoktrin, gell, jetzt muss ich da allein ein bisschen weiter ausholen, dass ihr jetzt versteht, wieso ich in diesem Moment genau auf meine Viechdoktrin habe mich gedacht, wir haben die erste Hand, und dann Bock, und weil wir mit Viechdoktrin insgesamt genug, haben wir uns vor vier, fünf Jahren entschlossen, in Bock Wolken, heisst er, zu kastrieren, dann kommt die Tierarztin heim zu uns, und dann sagt sie, ja, jetzt müssen wir in Wolken erst einmal wägen, Entschuldigung, ich soll es fehl, jetzt kann ich noch sagen, ja, erster, stellst du die allein auf der Woge auf, dann folgst die Wolke ein, und dann stellst die Zandenbock auf der Woge auf, dann sag ich, nein, entschuldig, aber jetzt muss ich schon alle Tag schauen, dass die Wolken nicht explodieren, wenn ich alleine ansteine, jetzt muss ich gar keiner mitnehmen, aber es ist gegangen, dann sag sie in Gali, ja, äh, ähm, dann hat sie im Betäubischer auf den Bugl so auf die Tisch gelangen, dann sag sie, jetzt musst du mir helfen, jetzt brauchen die als OP-Schwestern, und dann sag ich, ich, ich kann überhaupt kein Blut sein, ja, mir wundert es ja bis heute noch, dass ich zusammen nicht in Aumacht geflogen bin, nix mehr ligert auf dem Bugl, die Hexen so gekämpft, nachher fangen sie dann an zu schneiden, und dann sag ich, das ist ja so ein, und dann kackeln auch so, und dann schreien, und dann so, und dann, aber jetzt, vor ein, zwei, drei Wochen, haben wir daheim einmal über Verhütungsmethoden gesprochen, ja, weil unsere Familienplanung ist jetzt angeschlossen, und dann hab ich gesagt, schau Franz, wenn du brauchst, wie kannst du jetzt auch? Und ich hab gesagt, es geht schnell, und günstig ist auch, aber er ist auf mein Angebot nicht. Na ja, dann sollst du das besser, und dann sagt der, sag sie, du, jetzt musst du gut aufpassen, weil, da lass ich mir ein Packer Spritzen da, zwei pro Tag, eine ganze Woche, gibst du in der Wolke, gell, aber das ist jetzt hart, und jetzt sag ich es dir einmal, sie hat gesagt, da ist ich noch auf mein Hals her, und sie hat gesagt, jetzt, jetzt hat sie gesagt, bitte schön, wenn du jetzt da die Spritze ansetzt, und bevor du es mitlein sprittst, zieht sie ein bisschen zurück, schau, dass ja kein Blut triffst, dass du ja nicht in die Welt triffst, schau, und ich sag, also, ich hab wirklich zehn Monate, ich mein, letztes Stünzchen hat geschlagen, gell, und dann sagt der junge Krankenschwester, zu mir hat sie keine Sau stehen, und ich sag, das geht ja nicht, ich kriege ja keine Luft, aber es ist tatsächlich gegangen, und ist der heute alleweil noch da, also, nach deinem Erlebnis, also, muss ich wirklich sagen, ich bin ja froh, dass ich es gemacht habe, und eben vom Oberzeichen nehmen, ich müsste schnell in einen Laden rein gehen, ich gehe brutal gerne einkaufen, und das beruhigt mich ein bisschen, ich meinte, jetzt muss ich ein bisschen einkaufen, dass du ein bisschen wegkommst, gell, und immer sagen sie, das einkaufen, das liebe ich halt, gell, also, da tue ich noch gerne auch ein bisschen schauen, und so, überhaupt, bei der Kasse, was der vor mir so ein Band mal, und so, und oft einmal dich um ein Petschen, das ist jetzt immer von der jetzt auch nicht gedacht, dass die uns da so einkaufen, und so, ja, oft einmal muss ich auch, schaue ich mich auch, oft einmal von mir selber, dann nehme ich die große Kellogsscharschen, und luch's ein bisschen zu, was man denn sagen, so, und so, jetzt einmal habe ich mir gedacht, ich gehe einen Nusserlern machen, dann bin ich allein mit zwei Schnapsflaschen, die sie da unterlagen können, na, ich meinte, ja, das hängt jetzt aber alle komisch, gell, und dann bin ich angefangen, in jedem, der mir im Geschäft begegnet ist, zu rechtfertigen, was ich mit den Schnapsflaschen jetzt tue, da haben sie mich noch blöder angeschaut, und meinte, jetzt gelangen sie erst recht, dass ihr gesucht habt, ja, verstehe ich, jetzt so, fertig gerichte und so, 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 muss ich sagen, ich kaufe jetzt nicht so, weil ich total gerne kochen, heißt so ein bisschen mein Hobby, nicht wie man da sieht, und dann muss ich auch sagen, weil oft so stundenlang in der Kuchen stehre, und dich so vorausgabsch, und da ist es in drei Minuten gegessen, und keiner sagt, aber, ich sage schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja, dann habe ich angefangen, so das, was ich koche, zu fotografieren, und einmal so auf Facebook, und auf Instagram einzuteilen, und dann habe ich vor allem mal gehört, wie gut das tut, so fürs Ego, wenn du dann so ein paar Likes kriegst, was du so gezaubert hast, das tut's schon gut, gell? Wenn ich oft einmal am letzten Tag da war, natürlich auf Facebook, Instagram, und unten auf dem WhatsApp steht, das sage ich einmal, jetzt habe ich einmal ein bisschen Wernig Reaktionen gekriegt, und dann bin ich extra Nachmittag noch einmal etwas kochen gegangen, das ist alleine. Jetzt sind wir einmal durch Pauls gegangen, ich und mein Buben, bleibe alle stehen vor uns, und dann sage sie, na sie, und dann hat sie gesagt, ha, ich sage, liegt daheim, deine Mama kann so gut kochen, eigentlich geht's gut, und dann sage, er zu ihr, ja, und dann sage, Gabriel hast du gesagt, gibts gleich mal gehalt, und dann sage sie, wir kochen sie lieber, die Mama, und dann sage ich, jawohl, ich sage schon, aber bis ich die ganzen Fotos für Instagram gemacht habe, habe ich gesessen dabei gehalt. Ich bin ja mal wieder in Geschäft drin gewesen, und dann denke, schaut, das gibt's doch auch nicht, steht die Eleonore vor mir von der Casa, was tut denn sie auf dem Weitel alle? Fertige Spinatschpatzle. Sie, die perfekte Hauskau, der all so zickzack zauber, gell, und dann kauft sie fertige Spinatschpatzle, irgendwann betrifft der Schluck, und dann sage ich, um fünf noch halbe Uhr, auf Instagram, bostet die blöde, kurde Spinatschpatzle, und tut sie aus, als ob sie das schnell gezaubert wird. Ich meine, es drunter schreibe ich, es drunter schreibe ich, es drunter schreibe ich, Eleonore, das ist ja aber leckeres, und wir können für den ich heute ihre Pusche noch mal sehen. So, von Aufräumen hat die Barbara geredet, von Aufräumen. Aufräumen ist früher auch angesagt gewesen, und zwar in der Partei der Bergblume, der SVP. Ja, sie haben gerade nie aufzuräumen gehabt, kein? Ja, das ist spätestens 10. Widerkandidatur für 2023, grünt er an die Bedingung, dass die Saatabwehr lückenlos aufgedeckt wird. Spätigstens Treppe hat in der Partei leichte Nervosität. Wollt noch, zu Anfang März, die ersten Auszüge von den Aufhörprotokolle so als Tageslicht themen sein, hat es nicht mehr nicht dazu beigetragen, dass die Nervosität weniger kommt. Die Parteiführung ist noch sofort um Schadensbegrenzung bemüht gewesen. Aber du, was willst denn denn, weil du einen total schaden hast? Händere auszüleimer in Abschleppung riefen, verschrotten und weg, nutzt nichts. Nicht der Parteiummann, der Achammer, der Meisterin, hat es ein bisschen. Ist ja in der ersten die längste Zeit auf die Bauchstation gegangen. Und dann, plötzlich, auf einmal, ist er raufgetaucht mit dem Kehrtadel und mit dem Fesen in den Raum und der hat gesagt, jetzt ist er da, der Macher und auch Freumacht. Und dann ist er bei ja sehr frissend gewesen. Und dann hat er, bei jedem Interview, hat er einmal gesagt, das muss ich in aller Deutlichkeit sagen. Das muss ich in aller Deutlichkeit sagen. Und dann haben wir mal gedacht, ja so gesagt, man. Er hat allen Leuten getraut, aber gesagt, das lief. hier, das ist jetzt da, das muss ich in aller Deutlichkeit sagen. Das lernen sie mich halt, bei den Rhetorikkurse, wo sie mich lernen, viel zu reden und nichts zu sagen. Und zählt, wer herrscht da auch, haben wir als einer von den Besten in der Partei der Bergklümen-Gemeinschaften. Richtig gut gefällt mir hat auch der Parteisekretär, der Bremstaller, die Schahsamer, wie eine Läscherbremse. Bei einer Sendung von der Reihe Südtirol haben wir einen runden Tisch. Ich habe nie aufgefallen. Du hast einen runden Tisch. Bei uns ist ziemlich nie kein runden Tisch. Aber das ist bewusst. Den runden Tisch sollst du dir vorstellen. Sollst du dir vorstellen? Dass du dir vorstellen, was die alle für ein Leben reden über den runden Tisch. Dass ich sogar den Tisch schaue. Und anhalten. Und dann haben sie den Brennsteller gefragt. Und dann haben sie den Brennsteller gefragt. Was jetzt die SVP denn will. Das haben wir nach dem ganzen Schlamassel da. Dann hat der Brennsteller fast eine Stunde lang immer das Gleiche gesagt. Dass sie jetzt in den Parteigremien anfangen werden miteinander zu reden. Und Gespräche zu führen. Schau, sie sind kaum. Und dann ist es so. Aber ich habe mir gesagt, was sie bis jetzt getan haben. Ich habe sie eigentlich auch gespielt. Na, gerett werden sie schon ab. Aber heute nicht miteinander. Wer da runterkommt. Wer da runterkommt. Er wird dann. O Polno. O Polno. Das Buch her schiefend ist. Von den Freunden in Edelwein. Uiuiuiui. Spätestens 10 Mal musst du total aufpassen, dass du nicht den Überblick verlierst, was? Wer jetzt mit wem ist und wer gegen wem und so weiter. Weil das ganze Schlamassel ist ja nicht passiert vom Hörensagen, sondern vom Abhören. Weil die Abhörprotokolle, die ist ja eigentlich erst erstellt worden in der Sada-Affäre, die sind durch die soziale Politiklandschaft durchgerauscht wie ein rauschender Bildfach. Zack! Und dann haben sie gesagt, eigentlich finden sie das ungerecht, dass die Abhörprotokolle veröffentlicht werden. Und das haben genau die Politiker gesagt, die danach, wenn ihr irgendwo in den Land 3-Milch-Hebel umfliegt, sagen wir, da müssen wir eine Kamera ausstellen, eine Überwachungskamera. Oder wenn ich irgendwo, äh, ja, was weiß denn ich, ähm, so kreise und gucke, eine Überwachungskamera. Ich hole Überwachungskameras. Im Patzen stehen 170 Überwachungskameras. Die Beziehungsgemeinschaft Buster da hat ihn auch draufgestellt, 170 Überwachungskameras zu kriegen. Südtirol, das überwacht im Paradies. Und du, heute wirst du dir schon überlegen, gell, wenn du jetzt nicht gerade die Frau mit hast. Ob du hier im Quappenantorfeini fährst, verstehst du? Deswegen sag ich, da sollten sie endlich einmal den Doflen, den Doflen, weißt du, grüß Gott in Bercha, oder hallo in Laas, oder willkommen in Montan, denn die sollten sie wegnehmen. Und sollten, also ein großes Schildleute, Video überwachtes Dorf. Ja. Du kannst vorne rein, ich fahre schon umdrehen. Ah, boah. Wenn ein Paradies, wenn ein Paradies so überwacht war, wenn es bei mir kein, dann hat der Adam, der Tepp, den Äpfel nie geessen. Wenn ein Paradies, wenn man heute alle nachher da hüchen würde, Ablehen, wenn man Ablehen. Aber so ist es. So ist es. Der hat sich noch aufgeregt, dass die Protokolle verhaftet worden sind. Die hat gesagt, aber die Verhaftung von den Abwehrprotokollen musst du aus ganz anderen Blickwinkeln sehen. Und zwar aus dem Blickwinkel von den Polizisten und Beamten, der sich den ganzen Schmur downlässt, weil der telefoniert hat. Wenn das keiner Breitwichtigkeit zukommen mag werden, dann hätten die ja immer sonst gearbeitet. Da hätte es ja keiner gehört. Und zum Schluss zu nehmen, ist das ja mit öffentlichem Geld finanziert geworden. Und wenn das nachher nirgends gehört hat, dann wäre der Rechnung aufgekommen und der gesagt, das ist Verschwendung von öffentlichem Geld, weil das nur eine kleine Minderheit zur Herren kriegt. Da schaut's aus. Aber richtig, richtig interessant ist ja gewesen und amüsiert haben sich viele wollen nachher die Liebeserklärung von Wiedmann an den Landeshauptmann. Was da? Als Tageslicht gekommen ist, was? Weil er mit dem Gattern telefoniert hat. Ja, grüß den Tommy Fischisch im Landesrat. Nein, noch nicht, aber wir haben schon geschaut. Und dann hat er ja auch geleitet. Der schlechte Landeshauptmann aller Zeiten bringt nichts weiter. Und so viel Schaden in so kurzer Zeit. Und was da teilt. Das einzige Blöde, was er dem abgehörten Protokolle ist ja, dass du dir nachher nicht sagen kannst, das ist auch nie nix gesagt. Und dann hat der Landeshauptmann gesagt, er ist der Geist von Wiedmann und da kein Vertrauen mehr zu mir. Und der Wiedmann hat gesagt, das kann er nicht verstehen. Er hat gesagt, das versteht er nicht. Er hat sich entschuldet. Er hat sich entschuldet. Er hat sich entschuldet. Entschuldet. Er hat sich entschuldet. Er hat sich entschuldet. Er hat sich entschuldet Sollt jetzt echt ein bisschen Läpfelsaft machen. Bloß an ihre Käme und sie haben gesagt, sie finden das schon irgendwie ungerecht, dass der Landeshauptmann in Wiedmann jetzt in die Wüste schickt, weil der Wiedmann hat ja nichts getan. Seit Jahren schon. Ja, aber der Wiedmann ist aber auch ein cooler Typ, weil er hat wieder etwas Neues erfunden. Er hat eine neue Form von Pressegesprächen in der Zeit ins Leben gerufen. Was sind denn Pressegespräche gewesen? Der Wiedmann ist erschienen, Statement verlesen, keine Fragen zugelassen, Fluchtergriff. Und bei einer von den Gelegenheiten hat der Wiedmann gesagt, er ist brutal enttäuscht von der heutigen Politik, weil der ist grottenschlecht. Er hat gesagt, er hat ja nicht einmal Unrecht. Leider hat er vergessen zu sagen, dass er bis vor kurzem an der grottenschlechten Politik aktiv, so aktiv wie er heute weiß ist, mitgearbeitet. Deswegen, lieber Tommy, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, sonst tut die Scheiben zersplitten. Aber eines ist heute sicher, in der SVP wissen Sie seit Anfang 2022 ganz sicher, dass die Frage der Freundschaft ganz neu definiert werden muss. Weil kaum, kaum, dass das Buch herausgefasst ist, die Freunde des Egel weiss es, noch ist es gleich mal gegangen, jeder kriegt jeden. Ja, der Hager hat gesagt, der Rachenbrot hat noch presst. Der Rachenbrot hat noch presst. Und der Rachenbrot hat noch gesagt, er hat noch Rücktritte. Und der Lanz hat gesagt, er kriegt ein Grausen, wenn er gewisse Gesichter sieht. Und zurücktritt hat noch der Lanz-Piess. Und der Wiedmann hat gesagt, er hat uns halt mal Leidmeid vor dem Gatterer schützen, der auf den Gatterer sofort das dementiert hat und gesagt hat, Wiedmann, pass auf, was du sagst, weil sonst schreibe er den Gatterer anbucht. Ich habe gesagt, Katrin, lass dir Zeit, lass dir Zeit mit dem Buch schreiben. Ich muss erst noch das lesen, und ja, über 500 Zeit. Schreibt sich nach. Und deswegen habe ich in der Volkspartei vorgeschlagen, dass ich wegen der ganzen innigen Freundschaften, die ich habe, bei der Landesversammlung von ihm immer die Landeshymne singen, zum Mantua mit der Mozzarella. Die Mantua, sondern die neue Freundschaftshymne. Und deswegen regiert's mir, gell? Gute Freunde soll niemand trennen. Gute Freunde gibt's viel zu viel. Und wenn sie sich auch ganz gut kennen, ist Freundschaft oft ein falsches Spiel. Gute Freunde soll niemand trennen. Gute Freunde gibt's viel zu viel. Und wenn sie sich auch ganz gut kennen, ist Freundschaft oft ein falsches Spiel. Und ob das so ist, so ist es auch ich. So sehen Sie mit mir. Vielen Dank.